Yo, yeah! Und Mel gewonnen, Nin Melin und willkommen zurück zu der Herr der Ringe Rise to War. Und ich möchte euch heute mal zeigen, wie diese ganzen Eliteeinheiten hier in der Kampagne Taktik weiterentwickelt funktionieren. Und ja, ab Stufe Haupthalle 7 können wir nämlich das Elite-Training-Trainingsgelände bauen und damit gewisse Einheiten weiterentwickeln. Und das gucken wir uns jetzt einfach mal an. Kleiner Tipp noch, ich spiele hier über Bluestacks auf dem PC. Ich habe dazu ein Video gemacht, wie man es ganz easy auf dem PC zockt. Ein Link ist oben in der Beschreibung, da könnt ihr es ganz einfach runterladen und installieren und schon habt ihr es in Top-Grafik auf eurem PC, auf eurem großen Monitor. Ich finde es immer ganz cool, wenn man ein bisschen zockt und dann nebenbei oder manchmal umgekehrt Rise to War auf dem einen Screen, dann auf dem anderen hat man vielleicht ein anderes Game oder schaut eine Serie oder so. Und ich finde das deutlich praktischer als manchmal so auf einem kleinen Handy-Bildschirm. Kleine Dinger sind jetzt mittlerweile auch nicht mehr so klein, aber es ist schon mal ein anderes Feeling, wenn man auf dem großen Bildschirm dockt. Okay, also hier könnt ihr das Ganze nämlich schon einfach mal sehen. Ab T3 kann man diese Einheiten nämlich weiterentwickeln. Und dazu gehen wir einfach mal hier unten links auf Elite-Training, was sich freischaltet, sobald man dieses Gebäude hat. Hier oben kann man sich noch so eine Kleinigkeit dazu durchlesen. So, aber das Ganze funktioniert folgendermaßen. Also hier sehen wir die ganzen Einheiten, die man upgraden kann. Das sind alle T3 und T4 Einheiten. Hier oben, ich spiele auf dem RP-Server, das heißt ich habe meine Fraktions-Einheitstypen. Und dann gibt es hier noch neutrale Einheiten. Wäre ich jetzt auf der dunklen Seite, würden hier natürlich noch die anderen aufgezeigt werden. Dazu müssten, wenn ich mich nicht täusche, Waage noch dazugehören. Dann gibt es ja noch Unholde, ich glaube Drachen oder so. Ich weiß nicht Drachen, ich weiß nicht, ob es die gibt hier. Auf jeden Fall irgendwas in diese Richtung. Und ja, zum Beispiel, um es euch noch ganz einfach zu zeigen, hier haben wir ja unsere ganzen Siedlungen. Zum Beispiel Elbenquartier ist jetzt schon für sieben und dann konnte ich meinen Jägerschießstand auf fünf ausbauen. Das heißt, ab fünf haben wir immer T3 und habe damit dann den Wachposten hier freigestaltet, eine T3 Einheit. Wenn wir jetzt wieder zurück in die Kaserne gehen, seht ihr hier, mein Wachposten ist schon ein bisschen geupgradet und hier können wir einmal draufklicken und sehen, dass es jeweils drei Fähigkeiten gibt. Ich habe schon eine Fähigkeit hier mal ein bisschen entwickelt, um das Ganze nochmal selber auszuprobieren, wie das funktioniert, bevor ich euch hier irgendeinen Stuss erzähle, ohne zu wissen, wie das überhaupt funktioniert. Also, man muss diese Fähigkeiten praktisch trainieren und schaltet sie dann frei. Bei dem ist das zum Beispiel die leichte Rüstung, die wir dann auch ganz normal mit Gold weiter upgraden können. Und davon gibt es drei Stufen, Elite 1, 2 und 3. So, bei der hier kriegen wir zum Beispiel noch was anderes dazu und wir brauchen dafür verschiedenes Material. Wir brauchen unter anderem Gold. Wir brauchen auch noch diese Teile hier, diese Teile hier, Foliant des Erwachens. Die kriegt man entweder, wenn man auf der großen World Map, Mitteleerde, halt Elben, so gegnerische Einheiten besiegt oder wenn man sie umtauscht. Das zeige ich euch beides gleich. Gold kriegen wir, hoffentlich wisst ihr das alle, ich weiß gar nicht, hier Goldabgabe. Hier kriegt man einfach ganz normal Gold her. Falls jemand das nicht wusste, wollte ich das nochmal kurz erwähnen. Und bei T1 hier, da gibt es noch ein Material, was man benötigt. Das zeige ich euch auch gleich. Und dann gibt es hier nochmal Elite 3. So, wie funktioniert das Ganze? Also, als erstes, als erstes unbedingt, ich habe den Fehler einmal gemacht, wo ich das nicht als erstes gemacht habe, sondern als zweites. Gut, hier in der Taverne müssen wir oben auf Trainingsprogramm gehen. Auf Englisch heißt das Egasmus Conscription, glaube ich. Und dann haben wir hier dieses Trainingsprogramm. Und da gibt es, so gesagt, diese Quests. Sie sehen aus wie diese Tipps, aber das sind hier praktisch Mini-Quests. Und ich habe hier auch diesen Test gemacht, dass ich hier zwei gleiche Quests habe. Also, hier unten rechts in der Ecke können wir die Quests praktisch neu rollen und dann erscheint eine andere dafür. Das kann man dann halt einmal aktualisieren und dann kriegt man eben eine andere Quest, die man absolvieren muss. Und was ich empfehle, ist, dass ihr wenigstens zwei Quests habt, die gleich sind, weil ihr beide gleichzeitig praktisch abschließen könnt damit. Und wie funktioniert das Ganze? Zum Beispiel, als es hier besiege zwei Mobs der Stufe 10 oder höher. Und dafür kriegen wir einmal diese Trainingsaufzeichnung und bisschen Gold. Die Trainingsaufzeichnung, das ist das hier, die können wir dann gegen diese Folianten jeweils eintauschen. Ihr habt es vorhin gesehen, zum Beispiel für meine Einheiten brauchte ich Foliant des Erwachens Elben. Ich kann natürlich als Elb selbst keine Elben auf der World Map besiegen, weil sie ja, ich meine, die werden mir gar nicht mal erst angezeigt, weiß ich nicht. Aber ich besiege auf jeden Fall immer Orks und so. Und hier kann ich das dann halt zum Beispiel eintauschen gegen das, was ich benötige. Zusätzlich brauchte man bei T1, hier Verwendung im Elite-Training 1, braucht man auf jeden Fall noch diese hier. Drei Stück davon, 100 braucht man davon. Das heißt, ja, 300, wenn man die noch nicht hat. Ich glaube, ich hatte zwei von drei, das heißt, irgendwo hat man die noch gefarmt. Und dann halt musste ich zehn Stück von den Dingen einkaufen, das ging ganz easy. Und zum Beispiel jetzt die Mobs besiegen, werden dann zum Beispiel solche hier. Stufe 20 ist zum Beispiel meine Empfehlung. Stufe 20, ab 25 sollte man so 30.000, so 35.000 hier Macht haben bei dem Typen hier. Ja, genau, der hat ein bisschen gekämpft gerade. Und ja, dann schickt man den da rein, macht den Kampf. Und dann kriegt man halt eben den Abschluss der Quest. Zum Beispiel hier, was weiß ich, geht man hin, plündern, macht den Kampf. Und wenn man gewinnt, dann hat man diese Quest abgeschlossen. Jetzt gehe ich einfach drauf. Hier haben wir ein rotes Zeichen. Zack, und dann geben wir es ab. Und dann kriegen wir schon die Sachen. So. Und hier sehen wir auch schon wieder, besiegelst zwei Mobs zur Stufe 10 oder höher. So, haben wir gleich zweimal. Zwergen oder böse Menschen habe ich in der Nähe gar nicht so oft. Ähm. Okay, genau das Gleiche. So, das heißt, hier haben wir die ganzen Quests, die verdammt wichtig sind. Für weitere Infos hier gerne nochmal reingucken. Ähm, so, aber ja. Genau, um die Sternstufe hier haben wir noch von Tipps zu erhöhen, damit du herausfordernde Tipps annehmen und bessere Belohnungen erhalten kannst. Genau, das geht mit der Stufe des, ähm, Elite-Trainingsgeländes, ähm, einher. So, auch hier die Trainingsgeschwindigkeit kann erhöht werden, ähm, und die Warteschlangen wahrscheinlich mit Zug mit der Zukunft dann auch, ähm, da muss ich natürlich auch noch ein bisschen, äh, forschen. Aber, ja, so funktioniert das. Und wenn wir dann halt auf die Kaserne gehen, dann sehen wir die mit so einer kleinen Umrandung hier. Ich würde jetzt einfach mal ganz spontan sagen, ähm, Elite 1 ist Bronze, Elite 2 ist Silber, Elite 3 ist Gold. Ich habe jedenfalls Gold gesehen, also nehme ich an, das hier ist Silber. So, und hier kann man das dann halt, ähm, ja, bauen. Zum Beispiel bräuchte ich jetzt 40 von den Elbenteilen, das können wir ja mal ganz schnell machen, äh, oder ich würde sagen, dass ich, ne, würde ich nicht machen. Ich würde erstmal meine, mein Trainingsgebäude ein bisschen erhöhen. Ja, und so funktioniert das und dann wird ja hier so halt vorgezeigt. Ähm, die, die wir jetzt noch nicht haben, die müssen wir erst erwerben. Das heißt, entweder durch die Siedlungen oder auf der World Map. Äh, ich meine, hier in der Nähe hatte ich etwas. Das war jetzt nicht für mich. Das war die dunkle Seite. Hier haben wir zum Beispiel, genau, besetzt, um freizuschalten. Das sind dann die, äh, Geister des Waldes. Das heißt, ich muss dieses Gebäude hier einnehmen und dann habe ich diese Truppe auch freigeschaltet. Genauso funktioniert das. Es gibt auch Adlerneste und so weiter. Ich glaube, hier ist ein Waaggehege. Ähm, ich bin mir nicht sicher. Ich hätte gesagt, ich kann ihn noch nicht mal, genau, ich kann ihn nicht einmal rekrutieren. Das heißt, wenn ich hier mal draufgehe, jetzt sagt er hier, du, deine Fraktion kann die neutralen Einheiten dieses Gebäudes nicht rekrutieren. Okay, nur damit ihr Bescheid wisst, ähm, das andere Teil war hier vorne. Wenn ich hier einfach mal draufgehe, zack, seht ihr, es funktioniert, würde funktionieren. Ist wahrscheinlich ein bisschen stärker als ich. Okay, äh, ich würde sagen, dass es alles war, was ihr dazu aktuell auf die Schnelle wissen müsst. Als kleines, äh, Mini-Tutorial, äh, vergesst nicht immer eure Tipps zu machen, eure Kommandanten zu leveln und was auch immer da noch zugehört. Vielleicht kommt ein Video dazu, zu allem, was ihr noch wissen müsst. Also, ungefähr unbedingt ein, äh, Abo dalassen und dem Video einen Daumen nach oben geben. Wenn es euch geholfen hat, lasst ein Kommentar da und kommt gerne auf meinen Server. Ich hatte hier letztens erst jemanden gefunden, der mich kannte. Äh, und ich finde es dann immer cool, wenn man sich auch ingame connecten kann. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part. Kommentiert, abonniert, ladet das Gamebook Bluestacks runter, damit ihr es auf dem WC zocken könnt. Der Link ist oben in der Beschreibung. Kommt auf meinen Disco-Server. Und tschau! Kommt auf meinen Disco-Server.